Junge, Junge, Junge! Moin, hey und hallo und auch herzlich willkommen zurück zu Minecraft, beziehungsweise zu dem Minecraft-Together. Und ja, der Doktor ist schon auf dem Let's Play Server und wir gehen einfach mal dahin. Auch. Und, mal gucken, irgendwo, Doktor, in Sicht, kein Doktor. Aber die Welt, muss erst noch mal laden. Und ja, es geht jedenfalls weiter. Und vielleicht hat man es gerade schon mal bemerkt, irgendwie so oder so. Äh, ich habe ein neues Mikrofon. Das gleiche, wie das Tun, sein Tun der Doktor hat. Ähm, und ja. Damit werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal die nächste Zeit verbringen. Junge! 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 Jörg, mein Stolz, mein Stolz, mein Stolz! Hä?! Der hat einfach gekämmt! Ich hab'n die... okay. Jut, jetzt hat er's so gewollt. Okay. Okay. Er steht jetzt 1 zu 1. Er... Alter, wie kann er... Der hat da einfach nur gewartet, bis ich da gespawnt bin. Was sollte das? Wie feige ist das? Wie feige ist das? Er stellt sich nicht mal in einem echten Kampf. Er wartet einfach nur da, bis ich komme, und dann tötet er mich. Wie feige ist das? Wie feige. Ohne Spaß. Oh... Das versteh' ich nicht. Ich seh... Äh... Junge. 1 zu 1... 1 zu 17, genau. Ja, klar, Alter. Hm, nein. Nein, nein, nein. Er hat mein Feld kaputt gemacht. Normal ist das Griefing. Es steht zwar nur so eine kleine Stelle, aber... Er hat mich auch für das eine Feld getötet. Okay. Okay, okay, okay. Ich komm runter. Ich beruhig mich. Okay, also... Den Tod, den merken wir uns ganz... Ganz, ganz genau. Jetzt gibt's ne Rache. Jetzt gibt es eine Rache. Geh mal ins Bett. Ach ja, komm. Meinetwegen. Das tue ich aber nicht für ihn. Alter. Ohne Scheiß. Das ist so... Also, ich mach... Es tut mir leid, dass ich hier so blöd reingekommen bin, aber... Oh, Alter. Aber okay, jetzt gibt's eben die Rache. So. Kohle kommt da rein. Fuck, dann packe ich auch weg. Na. So. Und... Nicht vergessen, TNT. So. Alter, wo ist mein anderes Eisenzeug? Super. Da will ich mich doch verarschen. Ohne Scheiß, das ist so kacke. Da mach ich mir einfach... Da. Das ganze Eisen mit. Und dann mach ich mir gleich mal eben... Eisenzeug. Was braucht ich noch? Schuhe. Ach, Alter. Was will der? Warte mal, bevor ich hier gehe... Doch auch noch irgendwo... Weil ich hab eh nur einen Pfeil. Warte mal, liegen da noch Sachen? Irgendwann hab ich noch mein Dierschwert. Das gibt Rache... Oh, da unten liegt noch was. Ich geh da gleich nochmal hin. Alter, ey, ich bin grad so... Ich hab mich so hart erschrocken auch. Boah, nee. Ach, da wär... Toll, da wär noch Rüstung gewesen. Irgendwann hab ich jetzt so Ersatzrüstung. Das heißt also, wenn er mich dann... Doch noch kriegen würde, dann hätte ich immer noch... Rüstung. Na, sonst liegt hier nichts mehr. Super. Super. Richtig geil. Ey, der ist so... Echt, ich mein, ich komm hier grad... Er hat erst in die Aufnahme rein... Und 10 Sekunden... Das waren, glaub ich, echt nur 10 Sekunden später... Kommt er auch und... Killt mich einfach. So, ich... Das ist doch... Pfff... Das verstehe ich echt nicht. Ohne Kack. Aber okay, jetzt besuchen wir ihn auch mal. Der wird schon sehen, was er davon hat. Der wird das echt sehen. Jetzt hat er den Zornissen die Wachs auf sich gezogen. Ich würde mal sagen, der Krieg ist entfacht. Eins zu eins. Okay. Jetzt... Jetzt ist's... Jetzt wird es keinen Frieden mehr geben. Ohne Scheiß. Jetzt wird es keinen Frieden mehr geben. Er hat mir auch noch erzählt, dass er am Haus ein Geschenk gebaut hat. Oder jedenfalls dabei war. Und er weiß eigentlich noch jetzt so... In der Zeit hier momentan beenden. Und vielleicht... Komm ich ihm da ja ein bisschen zuvor. Und besuch ihn vielleicht dabei mal. Da ist das... Ach, das wollte ich gar nicht mehr. Da ist sein Scheißgeschenk. Shit, ich hab Angst. Ich tue erst mal so, als hätte ich ihm ein bisschen Stein... Und... Oh Gott. Na, es liegt. Shit. Und weiß ich nicht, wo er ist. Okay, also jetzt, wie gesagt, es wird keinen Frieden mehr geben. Er hat mich jetzt getötet. Und ja. Ich würde mal sagen, jetzt hat sich die Sache erledigt. Jetzt wird der Krieg ein wirklicher Krieg. Und jetzt sollen wir hier einmal herkommen. Der Ficker. Den schnapp ich mir, den schnapp ich mir, Alter. Den werde ich überraschen. Genauso wie er mich überrascht hat. Wenn er es nicht erwartet, dann wird es die Rache geben. Wenn er es nicht erwartet. Genau dann. Und zu keinem anderen Zeitpunkt. Und eben das, was er gemacht hat, kann man ja auch keine Rache nennen. Weil ich habe ihn ja nur getötet, weil er gegen die Regeln verstoßen hat. Und dann kommt er auch noch so feige an. Deswegen kann ich jetzt da noch so feige ankommen. Okay. Aber jetzt ist nicht mal direkt nach Aufnahmestart. Ich habe meine Aufnahme gestartet und er kam einfach an. Ich war nicht mehr richtig im Spiel. Ich war gerade erst auf dem Server. Und... Oh Gott, er baut in seinem Haus. Dahin ist er erbaut. Er baut ganz gemütlich. War er gerade im Hall? Hat er ernsthaft Holz verbaut? Moment mal, Holz. 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 Na, mal gucken, was das Feuer so anrichten wird. Ich habe es extra etwas weiter weg gemacht, damit er es nicht gleich bemerkt. Ich glaube, ich bin gar nicht allzu viel schlechter equipped als er. Hilfe, wo ist er? Hä? Oh Gott, da. Was will er, was will er, was will er, was will er? Shit, 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 yes! Yes, man! Yes, man! Sammeln, sammeln, sammeln. Und ich gehe, ich gehe, ich bin weg, ich bin weg. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Oh Gott, es hat die Rache gegeben. Es hat die Rache gegeben. Er hat mich aber gesehen. Fuck, das war natürlich schlecht, aber... Junge, Junge, Junge. Alter. Das war jetzt aber ein ernsthafter Kampf. Das war ein richtiger Kampf. Er konnte sich wirklich auf meinen Angriff vorbereiten. Oh Gott, und ja. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ich sag's nur ganz... doof, aber jetzt ist die Kacke am Dampfen. Ich denke mal, jetzt wird's keine ruhige Folge mehr geben. Jetzt müssen wir uns wirklich in Acht nehmen. Ohne Scheiße. Oh Gott. Aber wir haben ihn getötet. Er ist eine Spitzhacke. Die ist eine Spitzhacke. Verzauberter Bogen. Ja, geil. Das heißt aber auch, er hat ein... Nee, ich... Oder er hat ein Buch. Das kann natürlich auch angehen. Geil. Verzauberter Bogen. Lol. Ich kann einen Schaden... Was will er denn jetzt? Mit einer Hake. Hahaha. Wie witzig. Ja, okay. Das hat er... Er hat das Spiel verlassen. Lol. Lol. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Alter, wie... Warum kam er jetzt nochmal mit einer Hake an? Ich meine, Alter. Alter. Das war doch klar, dass er nicht sterben würde. Außerdem habe ich ja nicht mal alles eingesammelt. Ich meine... Das ist ja lange nicht sein ganzer Kram. Nein, ich verstehe es nicht so wirklich. Vor allem verstehe ich nicht, warum er jetzt geläftet hat. Das wäre wirklich nicht so geil als... Verlierer. Ich meine, ich hätte ja auch direkt leften können. Das wäre aber nicht so geil gewesen. Vielleicht ist er einfach mal so mal aufgegangen. Ich habe keine Ahnung. Ach, Falsschaden. Vor allem, ich erschrecke mich, obwohl er gar nicht mehr auf dem Server ist. Das war eben... Fährer 2 gegen Zweikampf. Und wir hätten ja sogar das gleiche Equipment... Wir hätten ja komplett... Ich glaube, es könnte natürlich sein, dass er auch Teile von der Dierrüstung hatte, aber... Der Z1-Server geschlossen. Okay. Naja, dann würde ich mal sagen, die Folge ist jetzt eh am Ende. Aber ich muss mal gucken, wie sich das jetzt so weiterentwickelt und... Naja, dann... Bis... Dahin. Bis... 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 Bis...